Hallo und herzlich willkommen zu Folge 185, wir stehen hier an diesem komischen, äh, hier, es ruckelt kurz, vielen Dank. Genau, ähm, dieser Klotz, den die, ähm, Feldräuber als ihr, ihr Standpunkt Lager ansehen, hier in der Nähe von Onners Hof. Wir sind gerade dabei, die Orks einzeln rauszuschießen, hier liegt auch wieder sein griftiges Exemplar vor uns. Und wir ziehen den nächsten raus, weil wir da ein Kleinen heute. Müssen wir halt nur zwischen die Probacken ballern, dann wird der schon aggressiv. Wir müssen hier näher ran, das befürchte ich auch. Ist da was im Weg? Ne, okay. Hier liegen übrigens noch die anderen beiden. Los, kommt doch her. Oh, da haben wir uns kurz eine geben lassen. Das war natürlich nur Taktik, seh da. Da hat er gedacht, wir bleiben hier ohne Deckung. Und zack, hat Roland zugeschlagen. Er lag nicht daran, dass ich gerade verpeilt habe, äh, auszuweichen oder so. Nein, das war Taktik. So, so, jetzt haben wir hier den letzten... Boah, ich muss mich ganz kurz ein bisschen warm machen, das ist natürlich noch ein dicker. Letztes Mal haben wir uns stark gefühlt, weil wir einen von denen besiegt haben, ohne Kratzer. Deswegen nehme ich jetzt auch keinen Trank, weil der hilft uns gegen Sohlen sowieso nicht. Wenn wir einmal die Deckung verlieren und der uns einmal trifft, trifft er uns auch direkt ein zweites Mal. Und naja, dann ist das eigentlich auch schon gegessen. Das heißt, wir müssen einfach den Kopf bewahren. Und... Seht ihr, das zum Thema Trank. So, jetzt mal ganz kurz hier den hier machen, dann links und rechts. Leicht Panik gerade, aber alles gut. Passung bewahren. Und dann kam genau dieser blöde Einschlag. Diese blöde lange Animation. Ich könnte mir gerade die Augenhöhlen auskratzen. Nee, Quatsch, das ist mir sowieso wieder nicht, aber... Ich hasse das, ehrlich. Also, wenn dann dieser... ...Schlag kommt, wo er erstmal eine halbe Stunde sein Schwert nach oben zieht oder was auch immer. Der pieselt mich ganz leicht an. Jetzt kannst du was erleben, Moura. Versuch das nicht noch mal, Moura. Ja, verdammt. Wir können das, wir können das. Der ist nicht stärker als Sander eben gerade. Oder von der letzten Folge. Den schaffen wir locker. Das ist aber auch ein Drecksack. Da sehen wir wieder ein Bild von Gregor an seiner Bande. Die alle schon tot sind. Ähm, mal ganz kurz werfen, weil wir hier sowieso so schöner Metzeln sind. Mit dem Ork-Krieger, ja. Aus Methana. Ähm. Ich habe wieder ein paar Kommentare bekommen von euch. Von wegen, äh, Corinne ist komplett erkunden. Und da, nee, 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 nee. Im Grund lassen wir uns ja nicht. Zack. Warum? Ich sag, jetzt wo ich mich auch noch versuch mit irgendwelchen... ähm, Gesprächen abzulenken. Schaffe ich den ohne Probleme? Ich glaube, ich... Nee. Ich spreche jetzt gar nichts aus. Ähm. Ja, das ärgert mich ein bisschen. Okay, was heißt, es ärgert mich das nicht, aber... Ich beiß mir die Zähne aus, vor allem konzentrieren. Und dann fange ich immer an zu brabbeln und ich schaffe alles. Wo sind wir denn hier? Auf jeden Fall, ja. Ich habe wieder ein paar Kommentare von euch, äh, bekommen. Natürlich logischerweise gelesen. Ja, von wegen der, äh, zum Thema Erkunden, ne, von Corinne ist. Danke nochmal an denjenigen, der mich erinnert hat. Ja, von wegen diesem einen Küstenteil. Denn, den halte ich jetzt momentan echt nicht auf dem Schirm. Das hat mich jetzt gerade... Das ganz kurzes... Da hat sie die Hose gerutscht. Da stehen ja noch mehr. Gut, dann verfahren wir weiter mit dieser Taktik. Ähm, genau. Aber wir können dann wenigstens noch weiter brabbeln. Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte. Ähm. Wir werden auf jeden Fall bald diesen da ums Boltern. Oh, den können wir jetzt nicht hören. Wir werden auf jeden Fall diese Gegend noch erkunden. Diesen, ähm... Küstenabschnitt, der im Originalspiel eigentlich nur von Bergen bedeckt ist. Also sprich, diesen exklusiven Content, ne. Äh, ich überlege mir nur wann. Beziehungsweise im Prinzip hat jemand anderes, das schon mehr oder weniger auch... Da kamen jetzt gerade mehrere auf mich zu. Im Prinzip hat das auch Black Pirate genauso wiedergegeben, wie ich das eigentlich auch vorhatte. Das macht mich auch am meisten Sinn, finde ich. Eben habe ich gerade echt nicht geklickt. Das war dumm. Denn das ist auch meine Idee gewesen, so wie ich es beschrieben hatte. Ich gehe erstmal alle, ähm, Gegenden noch ab, die wir nicht kennen. Und das ist wohlgemerkt nur noch der Wald vor Corines. Das Gebiet der Esmeralda, also sprich eigentlich, das ist die Hafenanlage. Da war man nämlich auch noch nicht. Ähm. Ja, der Norden. Der Norden. Das ist, äh, die Hafenanlage und, ähm, dieser neue Abschnitt. Ansonsten haben wir eigentlich schon alles mehr oder weniger entdeckt. Ich muss die... Ich stecke sowas ein mächtig in der Scheiße. Und einer tot und... Tot. Äh, nicht die beste Idee. Ja, auf jeden Fall, ähm, mal schauen, wie lange sich das auf Corines noch zieht. Die Sache ist halt, Corines ist vollgepackt. Wie im Originalspiel auch. Mit Gegnern. Mit Pflanzen und mit Loot. Die, äh... Der einzige Unterschied ist, wir haben jetzt hier nicht hier, also hier nicht so dermaßen krass viele Quests wie im Originalspiel. Was ist ja auch ein bisschen, naja. Wäre vielleicht auch auf Dauer langweilig, wenn wir in der Odyssey-Modden, in der wir 50.000 Gegenden besichtigen, uns irgendwie 100 Stunden lang in Corines aufhalten müssten. Das wäre ja nicht Sinn und Zweck. Wir wollen ja hier nur eine Problematik lösen und nicht das Übel der Welt. Du solltest dann wieder zielen, Roland! Okay, okay, okay. Der haut echt krass zu, ne, der Kerl. Okay, vergesst's. Ähm, wir kriegen das, glaube ich, auch so hin. Mit dem muss ich mir noch was überlegen. Die haben echt... Bei dieser Höhle, da ist ein halbes, das ist ein ganzes. Das sind fünf Regimenter. Ja, da fliegt eine Bataillon Orks, oder was? So 5000 Mann, um diesen Kack hier zu bewahren. Sehen die mich da nicht, wenn ich hier langlaube? So hier, hallo? Ach du Scheiße. So ein dämlicher Mauer. Ich wollte nur sehen, wie viele Bolzen geflogen kamen. Okay, umdenken. Ähm, die greifen uns ja nicht an, wenn wir die Orks-Sell-Lausdung anhaben. Das heißt, ich versuche hinten rumzulaufen, denn wenn ich den einen Orks-Sperer angreife, dann zieht der Methaner Orkkrieger direkt mit. Ähm, das ist nicht Sinn und Zweck. Es hätte zwar funktionieren können, ja, aber da braucht man Glück und, äh, eine ausgereifte Kenntnisse. Ne, also unser Typ hier, der Roland, ist ja schon auf Meister, was einen an Kampf anbelangt. Trotzdem erlaubt er sich manche Fehler, die ich gerne nicht sehen will, um es mal freundlich auszudrücken. Die ich gerne vermeiden möchte. Nennen wir es doch so, klingt besser. Ich gucke jetzt, dass ich weit genug weg bin vom Rest des Lagers. Und hoffe jetzt in ständig, dass nur der blöde Methaner Orkkrieger forsten. Äh, es sind zwei. Dann erstmal der da. Sehr schön, einzeln, ruhig, leise. Und kein Aufsehen erregend, ne? Wahrscheinlich, weil er wieder links-rechts-Taktiviser tot ist. Nein, das wird nicht funktionieren. Ich überlege nur gerade am besten. Ich mache immer weiter. Puh, da hat er auch einen Schlag gelandet. Das war eine knappe Sache. Aber während seiner Schlaganimation waren wir auch in der Lage, ihn zu treffen. Ich muss gerade sagen, ähm... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also im Prinzip wollte ich erst sagen, war eine knappe Angelegenheit, aber... Ja, wir haben es knapp überlegt. Irgendwie... Ich hätte den Moment spannender erfassen können. Hab's aber nicht getan. Es ruckelt kurz. Ich hoffe, es legt sich gleich. So, ähm... Hm. Ich spreche hier nochmal ab mit gezungener Armenbrust. Den nächsten. So, wie gesagt, wir können. Und wir schaffen. Einen. Hätten wir auch schon früher, aber... Ich war halt eben nicht gewillt, immer, die alle zu töten, ne? Weil wir hätten auch einfach... Weiter probieren können. Ja, weil die Links-Rechts-Taktik, ne? Die funktioniert eigentlich... Also, wie gesagt, falls ihr wirklich verzweifelt seid... Das funktioniert fast immer. Aber ich habe das Gefühl... ... dass dem da mal langsam die Puste ausgeht. In dem Fall hat es jetzt gut funktioniert. Ja, für Anfänger oder für Faule. Links-Rechts-Schlagen, wenn man auf Meister ist. Da geht nicht viel schief. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Kerle da hinten auch noch einzeln rauskriegen. Da ja ein paar von denen eine Armenbrust haben. Und es wäre dann doch leicht zum Kotzen, wenn das hier in einem Fernkampf ausartet. Da der höchstwahrscheinlich öfter trifft als wir. Ich gucke mal, dass ich den ganz links treffe erst mal. Komm schon. Unendlich Bolzen habe ich auch nicht. Na, jetzt komm doch mal. Mach doch mal hin. Ich hoffe, ihr seht übrigens genug. Es ist eigentlich Nacht, aber ich würde sagen, vom Helligkeitsgrad her... ... würde ich jetzt mal behaupten, ihr könnt es auf YouTube noch einigermaßen sehen. Da wir ja nicht irgendwie mitten in der Stadt sind. Da wird es dann ein bisschen ekelhafter, von wegen, äh, in der Nacht zuschauen. Denn es wird leicht dunkler, das Bild. Warte, ich probiere es einfach mal. Kannst du was erleben, Mora? Wollt ihr wohl damit aufhören? Das war jetzt vielleicht ein Fehler. Nein, das war... Nein, das ist richtig doof. Eikessel wollen sie durch hier. Das würde ihnen auch wahrscheinlich gelingen. Ihr wollt, es blinkt ihnen auch. Dann will ich das. Ähm, ich habe geschossen. Jetzt könntest du was erleben, Mora. Jetzt kommt der her, ohne dass es die anderen interessiert. Wohlgemerkt, die anderen haben jetzt auch eine Armbrust, glaube ich. Der auch Krieger, die kommen aber trotzdem im Nahkampf her. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass, wenn wir diese Rüstung anhaben, das so ein... Nennen wir es mal eine Schlägerei, so in der Art ausartet. Also sprich, wenn ihr ja in der Stadtseite einen knüppelt oder im Fernkampf... Gut, da gehen die Wachen mit drauf, aber im Prinzip sind wir ja auf der gleichen Seite. Und dann ist erstmal nur er angepisst. Ich bin ja kein direkter Feind. Und dann ist der sich auch zu schade, äh... die Armbrust rauszupacken. Zumindest hoffe ich das. Und zu lang darf man halt auch nicht sein. Ein Schritt. Und ein Schritt. Noch ein Schritt. Na, jetzt kommen wir zu Hause ein Stück. Jetzt kannst du was erleben, Mora. Seht ihr, das funktioniert ziemlich gut. Jetzt machen wir so einen zweiten Orkfriedhof, mitten auf Onashof. Aber wieder, die sind eigentlich... Also die sind überhaupt kein Problem hier. Die Orksperren im Prinzip, wenn wir auf jeden Fall wieder 50 Bolzen kriegen. Dann... Sei es drum. Passt. Ich hoffe mal, weil ich gehe nochmal ganz kurz durch. Aber ich glaube, keiner von den Namen... Nee, das ist ja mir doch beim Töten aufgefallen. Nee, man, das ist nicht immer mit. Nicht, dass wir hier einen töten, den wir noch brauchen, aber... Nee, die sind einfach nur da, damit da kein Durchgang, kein Entrinnen existiert. Dass niemand aus Onashof raus kann oder aus der Schlucht. Aber... Jetzt machen wir die Lücke offen. Und dann kommt der Paladin-Angriff von der Seite. Könnte sein, dass es auch eine Quest sein wird. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, weil ich keinen Bock habe, immer was rumzulaufen. Beziehungsweise, wir werden jetzt auch hoffentlich entweder an dieser Erfolg gehen, nachdem wie lange ich jetzt mit dem Typen da hinten noch beschäftigt bin. Werden wir endlich Benga besuchen und die Quest abschließen. Und dann auch zu Lord André gehen. Denn... Benga war wirklich die ganze Zeit auf Onashof. Zumindest hat es mir auch Black Pirate so weitergegeben. Die war einfach nur zu blöd, den zu sehen. Beziehungsweise, ich habe vielleicht nicht an der richtigen Stelle nachgeguckt. Also, ich habe ihn ja schon einmal getroffen, sonst hätte ich die Quest nicht angenommen. Die wusste halt nur nicht mehr, wo. Das ist ja das Problem gewesen. Jetzt komm her, du sackgesicht. Jetzt kannst du was erleben, Mora. So, zwei präzise Schüsse. Da brauche ich gar nicht, erst in den Nahkampf zu gehen. Damit nutze ich nur meine schöne Waffe ab. Die übrigens meiner Meinung nach gar nicht so schön ist. Ich bin nicht so der Fan von Degen. Also, vom Design her. Ist natürlich eine starke Waffe, aber... Hat die nicht 160 Damage oder vertue ich mich? Ich glaube 120. Okay, alles okay. Jetzt wechseln wir mal die Rüstung, weil langsam kommen wir wieder in... ...Meliziengüter. Jetzt hoffe ich nur, dass hier keiner uns von der Seite her den Kopf verpreist. Zieht aber nicht danach aus. Das heißt, wir nehmen hier den letzten Vertaner, Ork, Speer auseinander. Und jetzt könnte es halt ein bisschen dunkel werden, aber ich hoffe, ihr überlebt das. Jetzt haben wir hier nämlich die ganzen Stadtwaren. Was ist das üblich hier? Jetzt haben wir die auch alle schon erledigt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut und so schnell funktioniert. Das ist Ruga. Können wir dem das irgendwie melden? Ne, mit dem können wir noch... Wie weit sind wir mit der Armbrust? Sind wir schüttt? Ne, Anfänger sogar. Das wundert mich jetzt nicht. Moment, haben wir dafür überhaupt genug? Wie ist die Lachdurkerns vielleicht Fragen stellen? Ja, da will mir keine Orks mehr. Zumindest nicht direkt davor. Ähm, oder... Da hieb wir auch im Bett. Da müssen wir nicht zu Lord André hoch. Schlafen kurz bis zum nächsten Morgen. Und dann suche ich endlich Benga. Und dann gehen wir zu Lord André. Und dann... ne? Geht's wieder ein bisschen vorwärts. Ich weiß gar nicht, ob wir sonst mit jemandem sprechen können. Also... Ne. Okay, warum ich jetzt auf den Baumstamm gestiegen bin. Ich wollte eigentlich wieder los sprinten. Springen. Springen, ne? Sprinten, springen, wie das in dem Spiel hier ist. Hat nicht ganz funktioniert. Das da vorne ist er aber nicht, ne? Das ist der Gärtner, richtig. Das da hinten ist... Irgend so ein Weib, richtig? Bürgerin. Ist der vielleicht da oben? Wie gesagt, den Ork da hinten, der kriegt jetzt auch noch erstmal auf die Fresse. Da ist... Da steht er ja. Hey! Du bist ein Sackgesicht, weißt du das eigentlich? Dein Hof ist wieder frei. Ich konnte die Orks darauf beseitigen. Innos sei Dank, das ist eine gute Nachricht. Wer weiß, was sie noch mit dem Hof gemacht hätten. Sicherheitshalber bleibe ich aber mit meinen Leuten noch hier. Man kann ja nie wissen, ob noch ein paar Orks vorbeikommen. Endlich. Endlich! Hier. Lobatzhof. Bengashof. Und... Sekops. Akilshof. So. Jetzt haben wir das geschafft. Das war, glaube ich, sogar... Moment, wo ist es nicht? Aktuelle Quest. Bla, 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 bla. Orks auf den Bauernhöfen. Als erstes wären, dass die Bauernhöfe von Lobat, Akil, Seko und Benga um die Orksblah. Von da, bla, bla, bevor ich Lord André Bericht erstatte, sollte ich außerdem in Erfahrung bringen, ob die Bewohner der Bauernhöfe noch am Leben sind. Ja, richtig. Von hier kriegen wir auch die einzelnen Quests. Deswegen, das ist ja alles schon erledigt. Das heißt, wir gehen gleich zu Lord André. Erst will ich hier mich revanchieren. An dem hat Pepe irgendwas für uns. Wie geht's? Danke, Seraika. Ich weiß nicht, wie das ist, ob wenn das Ork-Problem, das Akute, beseitigt worden ist, ob dann noch weitere Quests hier folgen. Weiß ich nicht. Okay, was ist ja noch Cavalorn? Können wir ihm einfach seine Pfeilbündel klauen? Ich lass es mal. Ei, warum eigentlich nicht? Kann ja sein, dass er vielleicht noch ein Bug ist. Deswegen so bei ganz wichtigen Persönlichkeiten oder Menschen, vor denen ich halt Respekt habe. Also, im Spiel. Wie jetzt Cavalorn, guter Kerl, ne? Da kann ich dann nicht aber auch endlich einfach klauen, ne? Dann haben wir zwar mal Heilkraut. Ich speichere lieber ab, weil ich sehe es schon kommen, dass sie gleich wieder sterben werden. Dabei brauchen wir einfach nur Geduld. Und natürlich ein bisschen geografische Kenntnisse, denn ich habe gerade eben nicht gewusst, wie die Höhle ist. Aber hier ist sie ja direkt. So, jetzt gibt's aufs Fressbrett. Und zum Beispiel extrem. Ich gehe jetzt voll in die Offensive. Hier gibt's jetzt kein Verdamm mehr. Nix, Armbrust. Komm jetzt her. Du Sackgesicht. Jetzt bin die sture Links-Rechts-Taktik. Ganz stur. Ganz stur. Roland, einfach dabei bleiben. Einfach dabei bleiben. Einschlag und der ist weg. Zwei Schläge. Okay, zwei. Und da haben wir es endlich geschafft. Du Drecksack. Das hast du verdient. Eine Stabkeule, jawohl. Nur eine Steintafel. Ich glaube, die Tafeln können wir aber noch gar nicht lesen. Jetzt haben wir aber hier noch zwei Truhen. Die es erst zu knacken gilt. Erleichterung. Wirklich. Das ist wie ein WM-Sieg für mich. Ohne Witz. Also, den Org. Wir haben es endlich geschafft. Okay, ne. So dramatisch war es jetzt auch nicht. Aber gut. Nehmen wir hier noch ein bisschen was aus. Und vor allem die 700 EP, ne. Die darf man nicht vergessen. Die muss man mitnehmen. Dazu ist man verpflichtet. Als, äh, pflichtbewusster Gothic-Spieler. Nichts zu holen. Ich merke gerade wieder, ich labere einen Ranz heute. Das gibt es gar nicht. Aber darum geht es ja auch, ne. Ich würde sagen, wir laufen jetzt noch hier vor. Wir treten als Sieger aus der Höhle heraus. Hatten wir die Truhe schon? Ich glaube, ja. Okay, gut. Ich wollte es nur noch mal wissen. Wir haben so vieles erreicht. Wir haben endlich die Quest mit Bengars Hof erledigt. Und wir haben unseren Erzrivalen endlich und zwar für immer geschlagen. Der Ork in der Höhle. Er ist tot. Und wir haben es geschafft. Also meiner Meinung nach war das hier eine der mächtigsten Folgen bis jetzt. Okay, ne. Eigentlich nicht. Der bedeutsamsten. Für Rolands persönlichen Aufstieg. Das war Rolands Sieg. Auf ganzer Linie. Ne, weil das waren so ein paar Sachen mit denen. Da habe ich mich noch rumgeschlagen und da habe ich mich gekümmert. Und die sind jetzt endlich vorm Tisch. Das heißt, wir kümmern uns um Dinge wie, was ist das? Ach ja, genau. Wir müssen auch wieder in die Stadt dann und natürlich den Orks weiterhelfen. Die Teleportsteine. Mit. Ach, okay. Da hat sich eine Quest aktiviert. Wäre gut. Oh Gott, da gibt es ja noch einiges zu erledigen. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.